Heute tritt er im Subway auf und zwar mit seinen Kollegen Elvin Landy am Bass, Idris Mohamed am Schlagzeug und John Hicks am Piano. John Hicks, den wir übrigens hier schon hören und sehen durften, mit Woody Shaw und Johnny Griffin. Viel Vergnügen bei unserem Live-Mitschnitt aus dem Kölner Subway. Kölner Subway 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 convincing Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Thank you.